Also, vielen Dank fürs Dasein. Ich möchte mich auch noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Hilmar Beck, ich arbeite für die Firma Emilex. Und jetzt ist wahrscheinlich die erste Frage, wir wollen doch hier über Software reden. Was macht jetzt hier die Netzwerkkarten-Hardware? Lauter? Wenn es geht. I will try. Kein Problem. Aber wir haben einfach festgestellt, dass sich die Systeme komplett verändert haben. In der Vergangenheit war es so, dass diese Netzwerkkarten eigentlich Teil der Hardware waren und damit auf der Software-Ebene keine Rolle mehr gespielt haben. Aber durch neue Themen hat sich das verändert. Und durch diese neuen Themen ist es plötzlich so, dass wir als Hardware-Hersteller uns plötzlich auch mit Themen wie Applikationsperformance, Einbindung in Betriebssysteme beschäftigen. Und damit sind neue Kontakte entstanden, die wir hier an der Stelle einfach nutzen wollen. Ich spreche einfach weiter. Nicht durch mich irritieren lassen. Frage als erstes mal, wer kennt Emilex gar nicht? Echt. Raus. Das ist auch der Level von Feedback, den ihr haben möchtet. Aber ganz ernsthaft, die meisten kennen Emilex wahrscheinlich aus der Fiber-Channel-Vergangenheit von Emilex. Und da ist der Name Emilex einer der beiden Hersteller, die noch da sind. Aber an der Stelle geht es nicht um Fiber-Channel, an der Stelle geht es wirklich um Ethernet. Einfach deswegen, weil Ethernet immer wichtiger wird und speziell in virtualisierten Umgebungen immer wichtiger wird. Die Problematiken sind immer die gleichen. Diese blöden Hardware-Kisten, Server mit immer mehr Cores und so weiter, die sind immer mehr in der Lage, immer mehr Daten durch die Gegend zu schieben, immer größere virtuelle Maschinen zu hosten und die müssen irgendwo kommunizieren können. Und damit nimmt die Bedeutung des Netzwerks zu und deswegen sind wir näher an die Betriebssysteme, näher an die Applikationen herangerückt. Aber kleines Stückchen zu Emilex, wo kommen wir überhaupt her? Wir sind kein Neuling in dem Bereich, wir sind tatsächlich 1978 gegründet worden. Der Name Emilex kommt ursprünglich von Emulation Experts, weil man damals Storage-Systeme für Deck-Server emuliert hat. Und seitdem haben wir 23 Mal oder sowas ähnliches uns immer wieder neu erfunden und immer wieder was anderes gemacht. In der Zwischenzeit ist es Server.io. Zwischendrin waren wir mal Weltmarktführer für Router und unser größter Kunde war die Firma Cisco. Irgendwas haben wir da falsch gemacht. 1200 Mitarbeiter und davon sind 70% tatsächlich Entwickler. Davon der größte Teil wieder Software-Entwickler. Also wir sind eine sehr technologiegetriebene Firma. Das was nicht Software ist, ist Administration und Vertrieb und Leute wie ich, die jetzt irgendwo technischen Vertrieb machen. Wir arbeiten mit nahezu allen möglichen Firmen in irgendeiner Form zusammen. Hier speziell in Deutschland auch mit Fujitsu. Zum Beispiel bei den neuen Generationen von Fujitsu-Servern sind Emilex 10 Gig Adapter on Board draufgelötet. Aber egal welcher OEM Partner das ist, in irgendeiner Form kommt Emilex da vor. Im Moment ist es so, dass wir vom weltweiten Servermarkt so ungefähr 25% in der Hand haben. 25% der verkauften 10 Gig Ports kommen von uns. Im Rechenzentrum selber ist es noch deutlich mehr. Weltmarktführer ist die Firma Intel. Die verkaufen deutlich mehr Ports als wir, aber das vor allen Dingen auch in Whitebox-Server-Umgebungen, bei einer Google Cloud und so weiter. Je Rechenzentrum, desto Emilex. Emilex macht eben eine ganze Menge verschiedene Sachen. Ich will da absolut nicht im Detail reingehen, aber der Punkt, wo man vor allen Dingen kennt, sind eben diese Fiber Channel Adapter. Damit sind wir groß geworden und da verdienen wir auch heute noch das meiste Geld. Allerdings ist es so, dass Fiber Channel einfach ein stagnierender Markt ist, der so langsam abflaut. Es ist nicht so, dass Fiber Channel verschwindet, aber es wächst eben auch nicht mehr. Der Bereich, der wächst, ist eben 10 Gig Ethernet, 40 Gig Ethernet, in Zukunft 25 Gig 100 Gig Ethernet. Und das ist der Bereich, in dem wir als Unternehmen auch wachsen. Fiber Channel sind wir wichtig, da sind wir die Nummer 2. Parallel mit Q-Logic, die ein kleines bisschen mehr haben. 16 Gig sind wir der unangefucherte Platzhirsch. Aber wenn es um Dinge geht wie Converged Ethernet, Fiber Channel over Ethernet, das ist unsere Domäne, da kennen wir uns aus. Insgesamt ist die Firma Intel vor uns. Aber nochmal, dass vor allen Dingen durch die Tatsache, dass jeder Intel kennt, der einen Whitebox-Server kauft. Wenn Sie bei IBM einen Server einkaufen, ist es sehr wahrscheinlich, dass da ein Virtual Fabric Adapter drinsteckt und der kommt dann von uns. In dem Moment, wo man einen HP Blade kauft, ist es je nachdem, wann man das gekauft hat, sehr wahrscheinlich, dass da Emilex drinsteckt. Und da wurde ich heute Morgen schon ganz viel geschimpft, weil es da natürlich auch Probleme gibt. Gehört auch dazu. Im Moment geht es vor allen Dingen um diese letzte Generation von Adaptern. Und da ist jetzt eben eine ganze Menge Neues passiert. Das ganze Ding ist aufgebaut auf einem neuen ASIC, den wir zwar letztes Jahr schon vorgestellt haben, aber der jetzt mit dem Grantley-Server-Start überall in den OEM-Portfolios aufgetaucht ist. Egal, ob das jetzt eine Dell, eine Futizo, eine IBM, eine Lenovo, eine Quanta, eine HP und so weiter ist. Diese Dinger gibt es jetzt überall in verschiedensten Varianten und Bauformen. Aber was wir alle gemeinsam haben, ist die prinzipiellen Grundfunktionalitäten, die dazu gekommen sind. In der Vergangenheit haben wir Adapter gebaut, die vor allen Dingen Ethernet-Funktionalitäten hatten und zusätzlich Storage-Funktionalitäten, Eisgas und FCOE, weil das ist nun mal der Bereich, aus dem wir herkommen. Die Maßgabe bei den neuen Adaptern war jetzt aber vor allen Dingen für das Thema Virtualisierung vorbereitet zu sein und vor allen Dingen Virtualisierung zu unterstützen. Deswegen Hyper-V. Bei Virtualisierung sind es jetzt wieder zwei Dinge, die für uns besonders relevant waren. Das eine war es RTMA, Rocky, um dafür zu sorgen, dass ich ausreichende Bandsbreite und Performance zwischen verschiedenen Systemen zur Verfügung habe. Das zweite Thema ist das Thema NVG-AI. Wir haben das zusammengefasst unter Virtual Network Acceleration. Da sind noch verschiedene andere Dinge drin. Aber vor allen Dingen geht es hier um die Kommunikation zwischen virtualisierten Systemen. Diese neuen Dinge sind also überall verfügbar. Es gibt keinen OEM mehr, der die nicht hat. Ich frage es gerade NVG-AI an. Und du willst dir auch das Konkurrenzprodukt, wie es da ist? Ja. Okay. Das muss man sich nicht beschädigen. Nein, 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 nein. Das ist, das Ding ist, ich kann gerne ein paar Worte dazu sagen, VX-LAN und NVG-AI unterscheiden sich im Detail, aber nur im Detail. Und damit ist es für uns eigentlich kein großer Unterschied, ob wir das eine machen oder das andere. Generell ist es eine komplett neue Generation von Karten, unter anderem PCI-Express 3.0-Interface. Das ist im ersten Moment nicht wirklich logisch, wozu das gut sein soll, aber wir sprechen immer mehr von Ladenzen. Und ein PCI-Express 3.0-Interface hat einfach deutlich geringere Ladenzen. Damit bin ich deutlich näher an der CPU dran, kriege meine Daten deutlich schneller raus. Jede ältere Karte hat automatisch dadurch einen Nachteil, weil sie den neuen Server runterbremst. Allein dadurch habe ich mit der neuen, schnelleren Karte schon echte Vorteile. Aber auch mit so Kleinigkeiten wie Pakete. In einer typischen Rechenzentrumsumgebung hat man typischerweise früher immer relativ große MTU-Sizes benutzt. Je größer, desto einfacher kriege ich so einen Link geflutet. Und jetzt kommen so Dinge wie dieses blöde Teil hier. Und plötzlich mache ich da WhatsApp oder Twitter oder irgend sowas. Plötzlich habe ich dann jede Menge Pakete mit kleinen Paketgrößen, die irgendwelche Serverfluten, die irgendwo ankommen. Damit ich die übertragen kann, brauche ich deutlich mehr I.O.-Leistung. Diese Karten schaffen 8 bis 9 Millionen Pakete pro Sekunde. Die alten schafften ca. 2 Millionen Pakete pro Sekunde. Ich habe also an vielen Stellen einfach mehr Reserven mit den neuen Karten. Je nachdem, was ich für eine Applikation habe, wird es eine Rolle spielen oder eben auch nicht. Für einen File-Server ist es komplett irrelevant. Für einen Frontend in einem Web-Server ist es relevant. Wir haben das Ding also aufgebaut für die Anforderungen, die es heutzutage gibt. Vor allen Dingen eben mit dem Bezug auf Virtualisierung. Und in Virtualisierung habe ich immer das gleiche Problem. Ich habe irgendwelche CPUs, die sollen virtualisieren und nicht irgendwelche Bandbreite fluten. Deswegen war der Ansatz, die Dinger so zu gestalten, dass sie CPU-Ressourcen sparen und schonen. Damit ich möglichst viel virtualisieren kann und nicht irgendwelchen anderen spannen. Es geht aber auch um Security, es geht um Multi-Tenant-Networks, NVG-AI. Es geht um besseren Datendurchsatz. Die Dinger sehen doch total wunderschön aus, oder? Ich finde das immer total faszinierend, was für blöde Produkte wir haben. Wenn man da jetzt irgendwie so ein schickes, neues iPhone, dann ist das elegant, schlank, glitzert. Naja, aber... Man sieht sie ja nicht. Man sieht sie nicht, genau. Habt ihr viele Frauen als Kunden? Da gab es vor kurzem einen Fall. Ja, Frage? Jetzt sehe ich, die 40-Gigabett-Karte ist eine Ein-Port-Karte. Richtig. Wahrscheinlich bewusst, weil zwei Ports könnt ihr nicht über den Bus überschieben. Richtig, ganz genau. Das ist völlig richtig. Es gibt bei Melanox 2x40-Gig-Karten, aber die maximale Bandbreite von dem BCI-Express 3x8 Bus ist deutlich unterhalb der 80 Gig. Und damit ist das genau der Punkt, das macht keinen Sinn. Wir kriegen nicht die volle Performance drüber. Wir stecken lieber zwei Karten parallel rein, auch wenn wir zwei Slots dafür brauchen. Ja, wir bräuchten dann vier Slots bei unseren Designs. Das ist ein Widerspruch. Wir haben bewiesen, du hast zwei Ports für die Teaming und dann zwei für SMB. Dann bist du bei Karten. Ich weiß. Die Entscheidung wegen der Bandbreite ist nicht richtig, aber... Die Diskussion ist nicht neu. Wir mussten einen Tod sterben. Die Situation wird sich mit dem nächsten Bus-System wieder ändern, weil dann haben wir BCI-Express 4, dann haben wir das Problem nicht mehr, aber bis dahin haben wir diese Zwischenlösung. Ich kann es nicht ändern. Frauen. Vor kurzem hatten wir unseren amerikanischen Marketing-Chef hier in Europa. Der hat sich dann mit einer deutschen Journalistin unterhalten. Und dann hat er am Schluss als Vergleich gesagt, unsere neuen Karten sind ein bisschen wie iPhones. Man kann da nämlich zusätzliche Funktionalitäten draufladen. So ein bisschen wie als ob man eine App installiert. Und am Ende des 15-Minuten-Gesprächs hat die Frau dann danach diesem Satz gemeint, haben Sie auch ein Touchpad? Er hat das einfach nur mit Nein beantwortet und das Gespräch beendet. Naja. Die Dinger gibt es natürlich in diversen Bauformen für die verschiedenen Modulschächte von irgendwelchen HP-Blades und, 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 Messanin-Slots, Flex-Fabrik-Adapter und so weiter. Die gibt es in jeder belegten Bauform. Geht also um prinzipiell mal ein- oder zweimal 10 Gig oder 40 Gig, wobei 40 Gig in den OEM-Portfolios nicht existent ist im Moment. 40 Gig gibt es bei Ambulex, noch nicht bei den OEMs. Die sehen da noch keinen Bedarf. Der Bedarf ist aus unserer Sicht da, aber wenn man sowas braucht, ist es immer möglich, sowas dazu zu kaufen, aber das gibt es nicht beim OEM. Ansonsten eben Dinge, die man früher schon immer hatte, wie Stateless-TCP-IP-Offloads, sind auch weiterhin da. Alles das, was man vorher mal hatte, ist weiterhin da, funktioniert besser. Mal Frage, benutzt irgendjemand SAIOV? Hätte mich auch gewundert. SAIOV ist so ein Thema, das seit Jahren diskutiert wird. Die neuen Karten können das deutlich besser als vorher. Wir können jetzt 64 SAIOV-Ports anbieten, damit genügend, um auch eine größere Umgebung zu virtualisieren. Aber die Nachteile, die ich mir damit einfange, sind immer, ich verliere Flexibilität. Und damit ist SAIOV etwas, was benutzt wird an einer einzigen Stelle, wenn ich Latenzen sparen will. Klar? In V-Next wird SAIOV einen höheren Stellenwert bekommen, wie es jetzt hat. Es ist gut, dass Sie das richtig unterstützen. Es hat auch weiterhin einen wichtigen Fokus, weil wir an die Technologie glauben, aber sie kann erst dann erfolgreich sein, wenn sie ausreichend breit unterstützt wird. Das ist übrigens, ich meine, auch wenn wir jetzt hier bei Microsoft sind und nicht über VMware sprechen wollen, bei Microsoft viel besser als bei VMware. Und damit ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass wir es bei Hyper-V sehen werden als bei VMware. Bei VMware ist es so, dass sobald man so Dinge wie SAIOV einschaltet, eine Live-Migration nicht mehr durchführen kann. Und damit ist natürlich, damit ist das Konzept einer Virtualisierung eigentlich gescheitert und das Ganze macht von vorne bis hinten ganz Sinn mehr. Es sind viele Kleinigkeiten verbessert worden. Also ich habe keine Ahnung, kennt ihr ein Flex10 von HP? Virtuelle Bandbreitenscheiben. Bei den neuen Adaptern kann man 16 Bandbreitenscheiben haben, statt vorher nur 8. Allerdings ist es so, dass HP das im Moment noch nicht unterstützt, aber zum Beispiel bei Fujitsu ist das jetzt schon verfügbar. Also da hat sich vieles im Detail verbessert und damit ist die Möglichkeit der Integration in die Betriebssysteme einfach immer wieder ein bisschen anders und man hat immer mehr Möglichkeiten, da was zu tun. Damit, sorry, es ist nämlich nicht mehr länger nur ein Stück Blech in der Hardware des Servers, sondern es wird immer mehr in die Betriebssysteme integriert. Es gibt Varianten, die dann explizit EISGAS und FCOE als zusätzliche Storage-Protokolle dazu haben. Die sind etwas teurer, die gibt es zusätzlich, aber das ist wirklich nur EISGAS und FCOE zusätzlich. Nachdem ich mal davon ausgehe, dass in den meisten Hyper-V-Umgebungen das nicht benutzt wird, ist das auch kein Thema. Ich habe die Funktionalitäten auch im CNA immer dabei, aber alles andere, worüber ich reden werde, RTMA, NVTAI und so weiter, ist immer im Grundumfang der Adapter dabei. Also nicht verwirren lassen, ich brauche dazu nicht die CNAs. Das ist der reine Netzwerkadapter, den wir hier in der Umgebung vermutlich haben werden. Das sind zum Beispiel die Bauformen, wie man die bei HP sieht. Ähnliche Bilder können wir auch von IBM und Lenovo und so weiter zeigen. Bei HP gibt es dann auch so Dinge wie 20 Gigadapter. Nicht verwirren lassen, das ist derselbe EISG, der kann bis zu 40 Gig. Ich kann ihn aufteilen in 1x40 Gig oder 4x10 Gig und die HP-Leute haben ihn in 2x20 aufgeteilt. Ansonsten ist das der einzige Unterschied. Für uns besteht die Unterstützung von Virtualisierung in verschiedenen Bereichen. Wir haben da hinten irgendwelche Zaungucker. Könnt ihr mal schauen, ob die irgendwie... Das Thema Overlay-Networking ist für uns sehr, sehr spannend. Und zwar einfach deswegen, weil es natürlich ein echtes Problem von Virtualisierung löst, nämlich ein Skalierungsproblem. Je größer eine virtuelle Umgebung wird, desto schwieriger ist es, dieses Ding zu skalieren und desto schwieriger ist es, sie zu verwalten. Overlay-Networking adressiert genau dieses Problem. Andere Dinge, wie zum Beispiel Bandbreiten-Shaping, das sind alles Dinge, die bekannt sind, die sich verbessert haben. Da haben wir nicht irgendwie wahnsinnig viel gemacht. Das passt zur Virtualisierung, deswegen haben wir es in den selben Bereich reingemacht. Aber möchte ich heute gar nicht so wirklich viel darüber reden. Wichtig ist vor allen Dingen, dass wir so Dinge wie VMQ hier natürlich auch unterstützen. Und das war auch wieder Teil der Diskussion. Und da können wir nachher dann auch in der Question-and-Arms-Bereiche noch ein bisschen was darüber sagen. Weil da gab es in der Vergangenheit ziemliche Probleme. Aber das ist etwas, was die alten Karten und die neuen Karten letztlich nicht unterscheidet. Das ist einfach Funktionalität, die schon immer da war, die nur immer wichtiger wird. Wer weiß, was Overlay-Networking ist? Sehr schön. Das ist, ne, gut, kann man nämlich anfangen zu erklären. Die Problematiken von Virtualisierung kennen wir alle. In der Vergangenheit gab es irgendwo so ein Stück Blech, das hat man bestellt, hat zehn Wochen gedauert. Dann war irgendwie alles vorbereitet, dann konnte man das Ding da reinschrauben. Man hatte Zeit für alles Mögliche. Und dass es dann fünf Tage dauert, das Netzwerk zu konfigurieren, ist völlig unproblematisch. Aber wenn ich jetzt innerhalb von zwei Minuten eine neue virtuelle Maschine aufsetzen kann und dann muss ich mit meinen Netzwerkern reden und dafür sorgen, dass die jetzt bitte das Routing ändern, dass sie bitte irgendwelche Access-Control-Lists ändern, dass sie bitte, 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 dann ist das eigentlich nicht mehr akzeptabel. Ich verliere jede Menge Flexibilität. Dazu kommt auch noch, dass ich in Umgebungen, bei denen ich traditionell so einen Host habe, unten irgendwelche Beinchen, die ihn mit dem Netzwerk verbinden, nur virtuelle Maschinen haben kann, die im selben Subnetz liegen, weil sie sonst nicht mehr kommunizieren können. Wenn ich jetzt also eine virtuelle Maschine von dem Host auf einen Host da drüben umziehe, nicht womöglich in einem anderen Rechenzentrum, sondern nur im Nachbar-Rack mit einem anderen Top-of-the-Rack-Switch, habe ich potenziell schon keine IP-Kommunikation mehr, muss das Ding umkonfigurieren. Ich verliere Flexibilität. Overlay-Networking soll genau das adressieren. Was passiert ist Folgendes. Ich habe jetzt hier irgendwelche physischen Hosts. Diese physischen Hosts haben irgendwelche Beinchen mit irgendwelchen IP-Adressen. Die virtuellen Maschinen haben komplett eigene Adressräume. Diese Adressräume sind völlig unabhängig voneinander. Und diese virtuelle Maschine kann mit der da drüben über ein Layer-3-Netzwerk kommunizieren. Das wird hier unten über die Gegend geschoben. Die beiden glauben trotzdem, in einem Layer-2-Netzwerk miteinander zu kommunizieren. Prinzipiell wird es auch keine Rolle spielen, wenn der eine Rechner auf der linken Seite vom Atlantik und der andere auf der rechten Seite vom Atlantik spielt. Vom Konzept her wäre das kein Problem. Ich muss das verwalten können und ich habe natürlich auch ein Latency-Issue. Aber die Verwaltung ist nicht mehr das Problem. Typischerweise wird man es aber wahrscheinlich benutzen, um innerhalb eines Rechenzentrums von einem Brandabschnitt auch in einen anderen Brandabschnitt problemlos umziehen zu können. Und der zweite Punkt ist auch noch der, in diesem Fall haben wir die Dinger verschiedenfarbig eingefärbt. Häufig habe ich in einer größeren virtuellen Umgebung ja auch komplett unterschiedliche Bereiche. Sagen wir mal Pepsi-Cola und Coca-Cola. Das müssen aber natürlich auch nicht externe Kunden sein. Das könnte auch die Finanzverwaltung sein, die besonders getrennt sein will. Die Lohnbuchhaltung will nichts mit dem restlichen Rechenzentrums-Netzwerk zu tun haben. Jetzt habe ich plötzlich die Möglichkeit, Tenant-Netzwerke aufzubauen. Also ein virtuelles Netzwerk, nicht ein WLAN, ein virtuelles Netzwerk, innerhalb dessen ich wieder 4096 WLANs haben kann. Getrennt sind die durch eine 24-Bit-Adresse, die mir mehrere Millionen virtuelle Netzwerke erlaubt. Damit habe ich jetzt plötzlich die Möglichkeit, flexibler virtuelle Maschinen hin und her zu schieben. Ich kann sie sauber voneinander trennen, kann trotzdem dafür sorgen, dass dieser Admin hier oben frei seine IP-Adressen vergeben kann, die nicht mit den anderen kollidieren, selbst wenn er dieselben IP-Adressen, dieselben Passwörter oder sonst was vergibt, weil es ist in einem komplett getrennten virtuellen Netzwerk. So sieht es in der Praxis dann ein bisschen aus, wenn man sich das ein bisschen anschauen will. Wir haben eine sogenannte VS-ID, das ist unsere 24-Bit-Adresse, die das ganze Ding auseinander trennt. Durch diese 24-Bit-Adresse habe ich sichergestellt, dass rot und blau sich nicht gegenseitig in die Quere kommen. Und trotzdem kann ich meine Systeme einfacher hin und her verschieben. Beschrieben wird das Ganze in diversen Microsoft-Artikeln. Das wird aber auch beschrieben bei uns in irgendwelchen Dokumentationen. Also wer da noch Fragen dazu hat, kommt gerne auf mich zu. Wir können das nicht in der absoluten Detail-Liefe hier beantworten. Aber das Konzept ist, glaube ich, jedem klar soweit. Wir wussten alle, was NVGIE ist, aber wir wussten nicht, was Overlay-Networking erlaubt. Ja, NVGIE ist vor und zurück. Overlay-Networking ist der... Ja, NVGIE ist nur das Protokoll, was Overlay-Networking erlaubt. Die Kollegen von NSX, von FireMware sprechen von NSX und deren Protokoll ist dann wieder VXLAN. Aber das Konzept ist Overlay-Networking. Alles klar. Jetzt kommen unsere Probleme. Weil, wenn ich das ganze Ding hier so umbauen will, wo im Himmelsbilden passt jetzt unser Adapter da rein? Weil wir wollen ja den Adapter da an der Stelle platzieren. Der Adapter sitzt ja letztlich unten in der Hardware. Der Hypervisor ist derjenige, der das Ganze am Schluss verwaltet. Der Hypervisor nimmt nämlich das TCP-IP-Paket, was er von der virtuellen Maschine kriegt. Für die ändert sich ja nichts. Das ist ein normaler Frame, der kommt ganz normal nach unten. Und es werden jetzt 50 Bytes zusätzlich herangeklebt. Diese 50 Bytes enthalten nämlich diese zusätzlichen Adressinformationen, die ich fürs Routing brauche. Diese Dinger werden da herangeklebt, übers Netzwerk übertragen, drüben wieder weggestrippt. Irgendjemand muss diese Arbeit machen und diese zusätzlichen Bytes bearbeiten. Und das Problem an der Stelle ist eben folgendes. Wir haben jetzt plötzlich einen 50 Bytes längeren TCP-IP-Frame. Wenn ich diesen Frame an die normalen Hardware-Offload-Mechanismen von Karten übergebe, würden die zusammenbrechen. Die Struktur passt nicht. Weil die Struktur nicht passt, kann ich es nicht interpretieren. Weil ich es nicht interpretieren kann, habe ich keinen TCP-IP-Hardware-Offload mehr. Irgendjemand muss die Arbeit machen und zwar die CPU. Damit habe ich ungefähr 25 Prozent mehr CPU-Belastung als mit einem abgeschaltenen NVGRI. Und die Projekte, in denen das bisher irgendwo diskutiert worden sind, sind dann häufig am Schluss am Kostenrahmen gescheitert. Weil plötzlich brauche ich 25 Prozent mehr Server, um dieselbe Arbeitslast erreichen zu können. Deswegen hat Microsoft rechtzeitig reagiert und wir haben gemeinsam mit Microsoft Hardware-Schnittstellen entwickelt, um mir dieses Hardware-Offload wieder zu ermöglichen. Und das ist jetzt der erste Adapter seit September in den OEM-Portfolios, der das Ganze eben jetzt wieder in Hardware-Offload machen kann. Der Trick ist eben dadurch, dass ich diese Struktur interpretieren kann, können wir genauso weiterarbeiten wie vorher. Es ist jetzt nicht wahnsinnig schwierig, es ist da kein Hexenwerk dahinter, aber es ist eine Hardware-Implementation und damit geht es natürlich nur mit relativ neuer Hardware. Wird von anderen auch kommen, im Moment sind Sie ja. Wenn ich das Prinzip-Irne-Paket jetzt im Prinzip weit verlängere, sage ich jetzt mal. Ich habe ja wahrscheinlich in der Wege-User jetzt mal die Nutzgarten, die da immer reinpassen. Das heißt, ich habe fragmentierte Disziplierungen. Ist das was, wo man reaktioniert, dass wir eben noch mit dem Use-Size verändern? Richtig. Das ist genau der Punkt. Also normalerweise ist es so, dass man den Switch dazu bewegen muss, diese 50 Bytes zu erhöhen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vorher 1500 Bytes an die Use-Size hatte, müsste ich den Switch auf 1550 konfigurieren, damit ich damit keine Probleme habe oder auf mindestens 1550. Mehr steckt nicht dahinter. Also der Switch muss kein besonderer Switch sein. Er muss nur in der Lage sein, etwas mehr zu übertragen. In dem Moment, wo er einen Jumbo-Frame übertragen könnte, wäre das kein Ding. Und wenn ich natürlich Jumbo-Frames benutze, dann wären die Gesamt-Jumbo-Frames etwas kleiner, als sie ohne NVG-AI sein könnten. Also das heißt, ich muss wirklich aktiv am Switch was ändern? Das heißt, wenn ich so ein Setup habe, kann ich nicht jetzt Out-of-the-Box gehen, einbauen? Ja und nein. Die meisten Switches sind heutzutage so konfiguriert, dass die Jumbo-Frames übertragen. Aber ich muss es bedenken. Es ist ja auf jeden Fall nicht so, dass ich einen speziellen Switch brauche, wie ich für den für FCOE oder sonst irgendwas bräuchte. Ich muss die MTU-Size bedenken. Aber ganz ehrlich, das Konzept umzusetzen bedeutet natürlich deutlich mehr als nur das bisschen MTU-Size. In dem Moment, wo ich mich auf, wenn ich so etwas machen will, ist das eine Umstellung, bei der ich dann wirklich meine Strukturen im Rechenzentrum ändern will und ändern muss. Das ist also nichts, was man irgendwo neben der Zwischentür und Angel schnell mal macht. Das bedeutet ja, dass ich meinen gesamten Netzwerkaufbau ändern muss. Ich muss meine Strukturen ändern. Das ist also etwas, was man vorbereitet und dann auch tun wird. Aber ab einer bestimmten Größe wird es ohne nicht mehr gehen. Ab einer bestimmten Größe wird es bestimmte irgendwelche Vorteile haben. Wenn ich irgendwelche 15 Hyper-Vs habe, wird das vermutlich niemand tun, weil der Aufwand sich einfach nicht lohnt. Ich habe keine Ahnung, wo ihr jetzt irgendwo eine relevante Größe seht. Aber ein Kunde, der irgendwelche 800 virtuelle Maschinen und 25 Kunden hat, wie eine Lufthansa Systems, wird früher oder später über so etwas nachdenken. Bisschen größer, glaube ich. Spannend wird es aber natürlich dann spätestens für so etwas wie einen Telekom-Provider, der natürlich dann viele, viele verschiedene Kunden darüber leiten muss. Die werden so etwas auf jeden Fall benutzen müssen, einfach weil sie sonst die Netzwerke nicht mehr verwaltet kriegen. Fragen zu NVTAI? Das sind diese Performance-Werte, die wir gemessen haben. Ansonsten, wenn es keine Fragen mehr dazu gibt, würde ich nämlich ganz zum nächsten Thema weitergehen. Wie sieht es aus? Ansonsten, wir können später in der Question & Answer Session natürlich auch noch weiterfragen. Sind die Karten schon verfügbar? Die sind verfügbar. Die sind bei Amulex seit März 2014 verfügbar, bei den OEMs seit dem Grandly-Server-Launch, allerdings zum Beispiel bei IBM, bei Dell, bei HP, auch für die älteren Server. Also es ist nicht so, dass man jetzt unbedingt einen Grandly-Server braucht, um die Dinger benutzen zu können. Sie sind in jedem OEM-Portfolio irgendwo jetzt vorhanden. Man kann es aber auch direkt kaufen. Man kann es ja auch direkt kaufen, ja. Das ist, also, sorry, um es jetzt konkret zu sagen, niemand kann direkt bei Amulex einkaufen, aber natürlich kann ich über einen Partner, über einen Distributor einkaufen. Es gibt sie von Amulex, um das jetzt so zu sagen. Amulex ist 100% indirekt, es gibt keine Möglichkeit für irgendjemanden direkt einzukaufen, aber die Affnet zum Beispiel oder auch verschiedene kleine Distributoren haben das Zeug und damit kann natürlich ein Reseller da problemlos einkaufen. Das Thema, das ich wesentlich spannender noch finde als NVGRI, ist RTMA Rocky. Und zwar, um das jetzt im Vorfeld mal zu sagen, ich habe ja gesagt, NVGRI ist etwas, was mit einer Umstellung zu tun hat, mit einem Designwechsel, vielleicht auch mit einem Paradigmenwechsel, mit einem Mindsetwechsel. Da steckt ja eine ganze Menge dahinter. RTMA kann jeder sofort nutzen, in dem Moment, wo er einfach nur die richtige Karte, die richtige Umgebung hat, weil das Microsoft-Betriebssystem das einfach erkennt und aktiv benutzt. Es ist also schon so, dass man sich Gedanken machen muss, wie man das richtig aufsetzt, aber es bedeutet nicht, dass ich irgendwie einen riesengroßen Designwechsel durchsetzen muss oder womöglich mein gesamtes Rechenzentrum aufbauen muss. Ich muss die Rahmenbedingungen beachten und dann kann es auch mit einer kleinen Menge an Servern relativ schnell losgehen. Generell weiß jeder, was RTMA mal prinzipiell tut? RTMA kommt aus einer Infini-Band-Vergangenheit. Stimmt gar nicht, was ich erzähle. RTMA kommt aus einer Mainframe-Vergangenheit. Und aus dieser Mainframe-Vergangenheit wurde es zu Infini-Band portiert und jetzt ist es in der Ethernet-Welt angekommen. Die Plattform, auf der es im Moment sauber funktioniert, aus unserer Sicht die einzige, in der es Rechenzentrum sauber funktioniert, ist Microsoft mit SMB-Direkt. Man kann sowas auch mit NFS und RTMA für Linux-Plattformen machen. Aber das Problem... Genau. Genau. Das Problem ist, also das ganz allgemeine Problem ist, RTMA unter Linux bedeutet, ich habe den OFET-Stack als Ebene dazwischen. Und dieser OFET-Stack ist etwas, was aus der Infini-Band-Open-Source-Quelle kommt. Da sind wir auch mit dabei, da sind wir im Moment dabei, das zu beeinflussen. Aber letztlich ist das, sagen wir mal, gut genug für Infini-Band und sorgt dafür, dass die Jungs mit ihren Hochverfügbarkeits-Clustern damit zurechtkommen. Das ist aber nicht wirklich dafür ausgelegt, sowas wie gleichmäßige Datenströme, File-Systeme, Interaktionen mit beliebigen Applikationen, die drüber sitzen, sauber abzubickeln. Von daher, in einem Jahr mag das anders aussehen, vielleicht in einem halben Jahr schon besser, aber im Moment sehen wir das Ganze als Deck-Preview. Probier es mal aus, wenn es klappt, ist gut. Wir versuchen auch zu helfen, aber wir können dir nicht versprechen, dass es funktioniert. In der vorgehaltenen Hand will VMware das ein bisschen reiten, dass sie das reinbekommen in ihr NFS 4.1-Portfolio. Aber das soll in VMware 6 kommen, aber ob das wirklich kommt. Also unsere Leute gehen davon aus, dass es circa zwei Jahre dauern wird, bis VMware soweit ist. Also, so ist es halt einfach. Aber wir sprechen ja hier von der Microsoft-Lösung und da sieht es eben komplett anders aus. Microsoft hatte halt da auch den Vorteil, dass sie nicht auf irgendwelchen OFET-Stacks aufbauen mussten, sondern sie haben es einfach selber gemacht. Und damit ist es so, dass sie die Schnittstellen sauber definieren konnten, selbst definieren konnten und wir damit diese sauber definierten Schnittstellen einfach nur bedienen können. Wesentlich einfacher, wesentlich simpler. Der Plan bei Microsoft ist allerdings auch, das noch deutlich weiter auszudehnen, als es im Moment ist. Also im Sinne von auch öffnen für weitere Applikationen. Aber im Moment ist es so, dass es primär um SMB direkt geht, also SMB geht. Und alles, was natürlich SMB nutzt, hat Performance-Vorteile. Aber die Zukunft wird sein, dass ich zum Beispiel auch eine Applikation selbst schreiben kann und dann da jetzt Schnittstellen in Richtung RDMA benutzen kann. Keine Ahnung, wann wir so weit sind. Im Moment sind wir es noch nicht. Der Vorteil von Rocky ist letztlich die Latenz. Es geht um die Latenz, aber auch um die CPU-Belastung. RDMA bedeutet ja letztlich einen direkten Memory-Copy. Es soll heißen, ich kopiere Daten aus... Bleib mal beim Fileserver. Ich habe einen Fileserver, ich habe einen Client. Der Client holt sich aktiv die Daten des Files aus dem Hauptspeicher des Fileservers und kopiert die in einem einzigen Kopiervorgang rüber auf seine Seite. Damit habe ich natürlich Relatenzen reduziert, nicht im Netzwerk. Das ist der Gedanke bei InfiniBand. Nicht im Netzwerk, sondern rechts und links habe ich den DCP-IP-Stack weggelassen. Und durch diesen simplen, einfachen Kopiervorgang kann ich dafür sorgen, dass ich plötzlich 10 Gig Ethernet links fluten kann, ohne dass ich 100 Millionen Interrupts auslösen muss, ohne dass ich meine CPUs massiv belaste. Und anderer Effekt ist auch noch dabei, ohne dass ich die Memory-Busse massiv belaste, weil DCP-IP ist ein ständiges Kopieren und Umbiegen durch den DCP-IP-Stack und damit wird das Pfeil diverse Male durch den DCP-IP-Stack auf beiden Seiten kopiert, bevor irgendwas passiert. Wenn ich jetzt also eine virtuelle Maschine habe, die 200 Gig Hauptspeicherinhalt hat, dann muss ich die 200 Gig zweimal rechts und links zu T-Gegen biegen. Wenn ich das Ganze mit Rocky machen kann, habe ich einen einzigen Kopiervorgang von rechts nach links. Also die Latenz wird reduziert, aber nicht auf der Leitung, sondern weil ich den DCP-IP-Stack rauslassen kann. Die CPU-Belastung wird massiv reduziert, und zwar deswegen, weil ich den DCP-IP-Stack nicht benutze, sondern einfach nur kopiere. Ich kann dafür sorgen, dass die Netzwerkbandbreiten, 10 Gig Ethernet, hört sich ja toll an, aber typischerweise, ihr habt da wahrscheinlich bessere Werte, aber Live-Migration, 25 Prozent der 10 Gig-Leitung, das halte ich für realistisch, oder? Mehr dürfte man relativ selten sehen. 5, 6 Gigabit sind bei DCP-IP möglich, aber es ist am Schluss, die Leute sagen, ich habe hier 10 Gigabit, ich kriege nur 5, was ist mir los? Genau. DCP-IP-Stack, Kors angucken, dann hast du einen auf 100 Prozent, und weißt du was? Ganz genau. Das habe ich damit jetzt eben anders gelöst. Damit kann ich 10 Gig-Links wirklich fluten, und Microsoft hat das ganz schick gemacht, wenn ich einen zweiten 10 Gig-Link parallel habe, wird der automatisch mit dazu genommen, und ich kann auch mehr als 10 Gig-Bandbreite nutzen, und zwar ohne, dass ich ein Teaming konfigurieren muss, oder sowas ähnliches. Die Lösungen, in denen ich sowas benutzen kann, sind also sehr vielschichtig, weil sehr viel natürlich auf SMB aufbaut. Das ist eine Live-Migration, das ist aber auch jede andere Applikation, die auf den Storage-Space zugreift, weil es damit natürlich schneller an den Storage-Space rankommt. Wenn wir bei Hyper-V bleiben, eine virtuelle Maschine, deren Daten auf einem Storage-Space liegen, wird also kürzere Ladenzen haben, damit wird die virtuelle Maschine schneller laufen, schnellere Antwortzeiten haben. Damit habe ich natürlich eine höhere CPU-Belastung, weil ja meine virtuelle Maschine plötzlich mehr CPU-Belastung verlangt, aber die habe ich auch zur Verfügung, weil ich sie ja auf der CCP-IP-Seite eingespart habe. Witzigerweise ist es also dann tatsächlich so, dass wir sagen können, dass man durch RTMA eine höhere CPU-Belastung erreichen kann als ohne RTMA, weil ich es plötzlich verteilen kann. Weil sonst habe ich nämlich das Problem, dass zwar eine Core kocht, aber die anderen halt immer noch nichts zu tun haben. Diese ständig steigenden Datenvolumen sind natürlich ein Teil des Problems, aber auch diese ständig neuen wachsenden Servers sind ein Teil des Problems. Also einen neuen 13G-Server bei Dell einkaufen, da 1,5 Terabyte Hauptspeicher reinstecken kann. Dann habe ich natürlich für irgendwelche Live-Migrations, wenn ich das Ding leer räumen will, muss ich 1,5 Terabyte irgendwo durch die Gegend schieben. Das wird für eine VMware mit 2x10 Gig Verbindung eine Weile dauern. Da ist es deutlich einfacher, weil ich es anders machen kann. Und da kommt noch ein anderer Effekt dazu. Der typische Grund, warum ich eine virtuelle Maschine in einem laufenden Umgebung ohne Wartungsmodus irgendwie bewegen will, ist ja eine Überlastung. Ich will sie wegbewegen, weil irgendwas überlastet ist. Das ist natürlich schwierig, wenn ich dazu wieder zusätzliche CPU-Belastungen erzeuge, während ich meine Live-Migration machen will. Also RTMA macht das Leben an vielen Stellen einfacher. Vieles ist natürlich in Computern besser geworden. Also zum Beispiel werden diese Memory-Busse immer schneller und auch immer mehr. Aber trotzdem, die CPU-IP-Stack bedeutet ein Kopieren mehrmals dadurch. Und dadurch, dass diese virtuellen Maschinen ständig größer werden, wird das Problem nicht besser, sondern eher schlechter, weil die Geschwindigkeiten nicht so schnell wachsen, wie die Mengen an Daten, die übertragen werden. Ja, und wenn ich dann jetzt hier so Scale-Out-Mechanismen anschaue, da macht RTMA natürlich noch viel mehr Sinn, weil die Datenmengen immer mehr werden. Ganz allgemein sehen wir einen deutlichen Zuwachs an Bedeutung des Netzwerks. Weil diese Server in der Vergangenheit häufig als Insel von Rechenleistung gesehen wurden. Das geht heute nicht mehr. Heutzutage habe ich einen Server als Teil einer komplexen Lösung und diese Server müssen miteinander kommunizieren und damit wird die Kommunikation immer wichtiger und immer bedeutender. Normalerweise an diversen Stellen, Latenzen, an diversen Stellen sonst was, mit RTMA wird dieser Teil eben rausgenommen. Die Karte rutscht näher an den User Space ran und weil sie näher an den User Space ran kommt, habe ich zwischendrin die Latenzen rausgelassen. Aber da wird auch klar, wo die Limitierungen sind. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, eine Applikation, die vorher TCP-IP benutzt hat, benutzt jetzt RTMA, weil sie muss die nötigen Schnittstellen haben. Sie kriegt nämlich plötzlich keine TCP-IP-Informationen mehr, sondern sie kriegt einen Pointer und da sind es deine Daten wieder. Damit muss sie erstmal zurechtkommen. Damit ist es also so, dass ich eben im Moment nur Applikationen benutzen kann, die sich bewusst sind, dass es RTMA gibt. Irgendwann wird es so sein, dass ich meine eigene Applikationen anpassen kann, aber so etwas wie ein Office-Paket, das wird jetzt nicht so schnell mal unterstützt werden. Auf der anderen Seite, wenn das Office-Paket in SMB3-Fileshare reinschreibt, wird es wieder von alleine funktionieren. Da haben wir alles drüber gesprochen, würde ich jetzt gerne einfach mal überspringen. Es gibt eine Reihe von Applikationen, die sich bewusst sind, dass es RTMA gibt oder sagen wir mal mehr oder weniger bewusst sind, dass es RTMA gibt und relativ schnell und einfach in der Lage sind, das zu nutzen. Das ist natürlich vor allen Dingen der Hyper-V, unter anderem für die Live-Migration, aber auch so etwas wie ein SQL-Server, ein Exchange-Server, ein IIS, benutzen aktiv RTMA. Aber da ist die allgemeine Aussage ganz klar, das wird weiter ausgebaut werden, das wird immer mehr sein. Also RTMA, ich glaube, ihr könnt das bestätigen, RTMA ist ein integraler Bestandteil der Zukunftsplanung von Microsoft. Und das Thema RTMA wird insofern immer wichtiger werden, weil die Bandbreiten, die wir brauchen, eben immer größer werden. Wir sprechen jetzt vor allen Dingen über 40 Gig, aber 100 Gig steht ja auch schon an. Wie will ich denn diesen 100 Gig Link fluten, wenn ich rechts und links nicht meinen gesamten CPU-Kurs damit zumachen will? Also RTMA ist entscheidend wichtig. Diese Lösungen sind aber natürlich auch immer wieder in verschiedenen Ebenen aufgebaut. Der App-Server mit einem Datenbank-Server, das ist, ich glaube nicht, dass das jetzt auf sehr schnell RTMA-fähige Verbindungen sein werden. Aber in dem Moment, wo die Core-Datenbank-Maschinen, sorry, die Core-Rechen-Sendungs-Maschinen miteinander kommunizieren, wird das über kurz oder lang alles RTMA sein. Das sind wir absolut überzeugt. Das ist ein Test, der bei Microsoft gemacht worden ist. Da ging es speziell um die Live-Migration. In der TechEd 2013, das ist also sogar schon eine Weile her. Die normale Live-Migration 1.15 mit Kompression eingeschaltet, 38 Sekunden, mit RTMA 22 Sekunden. Jetzt können wir natürlich sagen, prima, dann benutze ich doch Compression. Das ist fast genauso gut, aber das Problem ist, wenn ich Compression benutze, habe ich solche CPU-Spikes drin. Einfach, weil irgendjemand ja komprimieren muss. Damit werden die Datenmengen, die ich übertrage, zwar deutlich kleiner, aber jetzt sind wir wieder bei der Stelle mit, ich will es ja wegschieben, weil meine CPU-Belastung zu hoch ist und dann kann ich mir das einfach nicht leisten, das so zu machen. Und da ist RTMA natürlich die Lösung, weil man eben sieht, dass die Bandsbreite schlagartig vollständig ausgenutzt wird. Die CPU-Belastung, ja, die geht auch mal hoch, aber nur für einen kurzen Moment und sie ist nie höher als in der normalen Live-Migration und dann ist es wieder gut. Aber es ist auch wichtig, dass das reine Komprimieren nicht reicht. Hier müssen Sie auf der anderen Seite her auspacken. Genau, genau, ja, völlig richtig. Die Kollegen von Microsoft sprechen dann aber nicht von, ja, ich weiß nicht, also es wird selten von RTMA als solches gesprochen, sondern das Konzept ist ein R-NIC, der hier drin ist. Also man kürzt das ab und spricht dann von einem R-NIC. In dem Moment, wo der Begriff R-NIC auftaucht, ist das ein NIC, der RTMA-fähig ist. Vor kurzem hat mich dann jemand gefragt, brauche ich dann immer parallel einen R-NIC und einen normalen NIC? Ich kann es auch nicht so genau beantworten. Es gibt, technisch nicht, aber es gibt Situationen, in denen Microsoft beides parallel verlangt für irgendwelche Zertifizierungen und sonst was. Aber es gibt keine technische Notwendigkeit. Jeder R-NIC ist automatisch immer ein NIC und für ein normales TCP-IP geeignet und wird dafür benutzt. Alles, sagen wir mal, wir haben einen normalen File-Share. Das ist das, was wir beide ausprobiert haben. Dann ist alles, was mit Login auf den File, Metadatenübertragung, Rechteverwaltung, alles ganz normales TCP-IP. Und dann, wenn ich anfangen will, Daten zu übertragen, wird eine Paarbeziehung zwischen den beiden Partnern aufgebaut und wir schalten auf reines RTMA mit Ethernet-Übertragung um. Wenn die Daten drüben sind, Sache erledigt, ab da bin ich wieder ein normaler TCP-IP-Adapter. Und das Ganze auch parallel und gleichzeitig. Das Ganze ist auch ganz schick gemacht, weil wenn es aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, zum Beispiel die Systemressourcen reichen nicht aus, um RTMA zu aktivieren, verliere ich keine Funktionalität, ich mache halt mit TCP-IP weiter. Wenn ich keine Paarbeziehung aufbauen kann, habe ich Performance verloren, aber nicht Connectivity. Wir haben nämlich da vorhin auch schon drüber diskutiert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man RTMA realisieren kann. Es gibt, um genau zu sagen, drei Möglichkeiten, wie man das in der normalen Welt hier adressieren kann. Wir haben natürlich das klassische InfiniBand, kann man genauso auch benutzen. Aber InfiniBand bedeutet natürlich immer ein zweites paralleles Netzwerk. Das ist der Grund, weshalb es im normalen klassischen Rechenzentrum nicht wirklich in sich durchgesetzt hat. Dann gibt es ein Protokoll, das sich iWarp nennt. iWarp ist deutlich älter als Rocky, das, was wir benutzen. Damit hat das eine gewisse Verbreitung erreicht. Es ist aber nur ein einziger Hersteller, das heutzutage noch wirklich unterstützt ist, die Firma Celcio. Mitgeboren hat das ganze Ding Intel, aber Intel hat das eigentlich nicht mehr im Fokus, wird sich auch auf Rocky fokussieren. iWarp ist da. iWarp hat einen Vorteil, es ist routingfähig. Weil es routingfähig ist, kann ich es natürlich in einem größeren Umfeld benutzen. Allerdings hat es auch den Nachteil, dass es weiterhin TCP-IP benutzt. Und damit ist es nicht so schlank, nicht so elegant, hat nicht dieselben Performance-Werte. Trotzdem ist iWarp definitiv eine der Möglichkeiten. Was wir machen, ist definitiv aber RTMA over Converged Ethernet Rocky. RTMA over Converged Ethernet heißt aber eben Converged Ethernet. Prinzipiell kann ich das Ding mit jedem beliebigen Switch machen. Ich kann es auch mit einer Back-to-Back-Verbindung machen. Aber das Problem ist, wir benutzen kein TCP-IP. Weil wir kein TCP-IP benutzen, haben wir den Nachteil, dass wir kein Routing benutzen können. Wir müssen also innerhalb eines Layer-2-Netzwerks bleiben. Und der zweite Nachteil, ohne TCP-IP gibt es keine Fehlerkorrektur. Wenn ein Paket verloren gegangen ist, ist es weg. Das heißt nicht, dass die Daten korrupt sind. Das würde nämlich bedeuten, dass auf Applikationsebene das erkannt wird und das Ganze neu geschickt wird. Aber das ist ja unsinnig, wir wollen ja die Latenzen reduzieren. Damit es also sauber funktioniert, brauche ich den geeigneten Switch, einen DCB-fähigen Switch, der lossless funktioniert. Und die gibt es von Cisco. Jeder Nexus ist in der Lage, das zu tun. Die gibt es von HP, die gibt es von IBM, die gibt es von überall. Aber das muss man sich bewusst sein. Also sinnvoll wird das ganze Ding dann, wenn ich zum Beispiel einen Top-of-the-Rack-Switch habe, der DCB-fähig ist, weil dann habe ich nämlich volle 10-Gig-Performance zwischen jedem Einzelnen meiner Systeme. Das ist der Einsatz, den wir typischerweise sehen. Eine Live-Migration mithilfe von RTMA von einem Brandabschnitt in den nächsten Brandabschnitt über drei Hops, das ist nicht das, was man in der Praxis sehen wird. Das wird technisch funktionieren, auch wenn DCB zwischendrin nicht funktioniert. Aber in dem Moment, wo irgendwelche Pakete verloren gehen, würde das bedeuten, dass ich meine Performance-Vorteile verliere, dann kann ich es mir gleich sparen. Brandabschnitt ist aber jetzt natürlich wieder nur, wie soll ich es mich jetzt ausdrücken, Brandabschnitt ist natürlich jetzt wieder eine Frage, wie ich das mache. In dem Moment, wo ihr zum Beispiel es ja nur mit einem einzigen Core-Switch habt, an dem alles angeschlossen habt, ist der Brandabschnitt wieder nicht das Thema. Das Thema ist letztlich, wie viele Switches habe ich dazwischen und wie weit muss ich das aufbrechen? Ja. Ich habe das vor allem DCB gesagt. Man braucht auch in den Switchen noch PFC. Also Priority-Flow-Control. Ja. Ganz essentiell wichtig. Es gibt Switche, die DCB machen, aber kein GFZ. Und auch bei jeder Switch nachgucken. Kann ich ein Fleck sagen? Nee. Nee, sorry. Da habe ich dich vorhin vielleicht falsch verstanden. Aber ein DCB-fähiger, der Kern von DCB ist Priority-Flow-Control. Das ist einer der unterstützten Dinge. Es gibt mehrere Rund. Ich habe schon DCB-Switche gesehen, die keinen Priority-Flow-Control unterstützen. Ich würde es gerne anders ausdrücken. Bevor wir uns seit streiten, ich weiß es nicht, aber jeder Switch, der für FCOE geeignet ist, ist auch für RTMA geeignet. Wo ist es auf jeden Fall für FCOE? Genau. Bei Priority-Flow-Control zwingend. Der Trick an Priority-Flow-Control ist nämlich der, wenn ein Sender zu schnell ist, kann ich ihn ausbremsen und dafür sorgen, dass die Daten nicht schneller kommen, als ich sie weiter wegschicken kann. Damit kann ich sicherstellen, dass Daten nicht verloren gehen und damit ist es genau das, was ich haben will. Es könnte sein, dass ich statt der erwarteten 10 Gig nur 9,5 erreiche, aber die 9,5 erreiche ich stabil. Fragen? War das interessant? Hat das irgendwo weitergeholfen? Wir sind nachher noch in der Q&A-Runde. Also wer Fragen jetzt hat, kein Ding. Ansonsten stellt sie auch nachher. Wir werden wohl nachher von unserer Seite noch eine Frage aufwerfen, aber das machen wir dann nachher. Ich denke mal, interessant ist halt noch, dass du über den OC-Manager all die Rollen der Karte auch beeinflussen kannst. Dass du sagst, du bist eine Eiskarte, du bist das, du bist das, dass man es einstellen kann. Guter Gedanke. Also diese gesamte Verwaltung unserer Karten und da ist es egal, ob das Dell, HP oder was auch immer, es ist immer mit unserem zentralen Management-Tool, das Ding nennt sich One-Command-Manager und damit habe ich eine in der Fiber-Channel-Welt aufgewachsene zentrale Management-Konsole, mit der ich dann zentral von einer Stelle mein gesamtes Rechenzentrum verwalten will und damit eben relativ einfach aus einem Adapter einen RTMA-Adapter machen kann oder ihn wieder auf FCOE konfigurieren oder, oder, oder und das Ganze mache ich von meiner Windows-7-Maschine am Arbeitsplatz aus und wähle mich auf die anderen Maschinen ein. Damit ist die Verwaltung von dem ganzen Ding sehr simpel und sehr einfach, weil ich muss ja den Adapter erst mal sagen, was er tun soll. Wir sprechen von einer Personality und so ein Adapter kann FCOE-Adapter sein, kann RTMA-Adapter sein. Sie können verschiedene Dinge gleichzeitig, aber wenn ich RTMA machen will, will ich alle Ressourcen für RTMA haben und damit ist das Ding nur noch RTMA. Und damit muss ich ihn aber natürlich auch so konfigurieren. Eine Bandbreitenteilung zwischen RTMA und FCOE ist so ziemlich das absurdeste, was man sich glaube ich vorstellen könnte. Das würde ja überhaupt keinen Sinn mehr machen.